Wenn mir eine Entwicklung nicht passt, habe ich genau zwei Möglichkeiten dagegen zu agieren. Erstens, ich tue was, ich mache also eine Aktion oder zweitens, ich sage etwas, ich interveniere also verbal. Und genau das ist heute passiert und interessanterweise nicht durch einen amerikanischen Notenbanker. Es geht nämlich um die ansteigenden Renditen für Staatsanleihen, die eben die Staatsschulden verteuern würden. Und die Amerikaner, die werden in 2021 so viele Staatsschulden machen und das Ganze durch Anleiheemissionen finanzieren. Und dass man sich schlichtweg eben zu hohe Renditen, zu hohe Zinsen nicht wird leisten können. Also muss da etwas getan werden. Und interessanterweise, es ist heute Madame Lagarde, die das gemacht hat, also eine Europäerin, die gesagt hat, ja guckst du, wir schauen uns schon sehr genau die Evolution, die Entwicklung also der langlaufenden Renditen, respektive der langlaufenden Zinsen eben für Staatsanleihen an. Und siehe da, es hat geholfen, die zuvor deutlich gestiegenen Renditen für Bundesanleihen, respektive weniger negativ gewordenen Renditen für Bundesanleihen, sind dann wieder nach unten gekommen. Also Ziel dieser Verbalintervention erst mal erreicht. Interessant ist, dass der amerikanische FED-Kollege Barkin heute gesagt hat, ja die Yields, also die Zinssätze für die langlaufenden Staatsanleihen, die seien jetzt keine problematische Situation. Aha, wer möchte das glauben? Ich tue mich damit ein bisschen schwer. Aber jetzt ist eben die große Frage, was wird da morgen passieren, wenn Jerome Powell auftritt? Denn auch die 10-jährige US-Staatsanleihe hat heute auf die Aussagen von Lagarde reagiert. Es kam erst die europäischen Anleihe, Renditen wieder ein bisschen runter und dann eben auch die amerikanischen. Wir sehen hier die 10-jährige US-Staatsanleihe, die ja Dreh- und Angelpunkt des gesamten Geschehens derzeit an den Märkten ist, wieder nach unten gekommen, 1,34 Prozent nur noch. Wir waren schon knapp bei 1,40 Prozent. Und es ist eben weniger die nominale Rendite, sondern vor allem die Geschwindigkeit, mit der das Ganze passiert. Und hier hat eben morgen Jerome Powell dann Interessantes sicherlich zu sagen. 16 Uhr die Anhörung vor dem Senat, 14.30 Uhr dürfte dann der Text, den Jerome Powell hier vorlesen wird, dann schon veröffentlicht werden. Also das wird ein absoluter Hingucker. Da wird man genau hinschauen. Und die Frage ist jetzt eben, naja, wir gehen davon aus, wie Mohammed El-Erian sagt, ehemaliger PIMCO-Chef, jetzt Allianz-Berater, wir gehen davon aus, dass die Renditen weiter steigen. Warum? Weil eben die Inflation anspringt, weil wir schon sehen, dass Hochstoffpreise, andere Preise deutlich steigen. Also das dürfte wohl passieren. Die Frage ist nur, wie schnell passiert es? Das ist die erste Frage. Und vor allem, wann ist es zu viel? Wann ist der Kipppunkt erreicht? A, für die Wirtschaft, für die Economy, zweitens für die Aktienmärkte oder für die Marktbedingungen insgesamt und drittens für die FED. Also wann reicht es der FED, wann wird sie intervenieren? Und sie hat ja die Möglichkeit, durch die sogenannte Yield Curve Control, durch die Kontrolle der Zinskurve eben hier einzugreifen. Eben durch eine Tat, nicht nur durch Verbalintervention, sondern durch Tun, indem man eben langlaufende Staatsanleihen selber kauft, damit die Rendite tendenziell drückt. Drückt, so muss es heißen, denn wenn hier praktisch ein Nachfrager entsteht, dann muss der Emittent weniger Zinsen bieten, wenn da, wenn gleich auch ein etwas merkwürdiger Nachfrager wie die FED am Start ist. Also, das ist die große Frage. Was wird Jerome Paul morgen sagen? Wird es da die nächste Intervention geben? Denn eins ist ja klar, die Aktienmärkte, die haben lange davon profitiert, dass es eben Null Renditen gab, dass die Renditen immer weiter nach unten gingen, in Europa sowieso negativ waren, in den USA auch die 10-Jährige dann teilweise auf 0,5% gefallen ist. Und jetzt sehen wir aber, dass die Treasuries, die Staatsanleihen langsam in den USA mindestens wieder zu einer Konkurrenz werden, denn der Abstand zwischen der Dividendenrendite, des S&P 500 etwa, und der 10-jährigen US-Staatsanleihe, ist so gering wie seit 19 Monaten nicht mehr. Und deswegen sind eben die Aktienmärkte auch ein bisschen nervös und deswegen sind besonders nervös diejenigen Werte, die vorher so stark gestiegen sind, die Tech-Werte, die in der Corona-Krise ja so stark profitieren konnten, weil man sich gesagt hat, okay, wenn irgendwo Wachstum noch ist, in einem Lockdown, in einem Shutdown, dann natürlich bei Aktien wie Amazon etc. etc. Dementsprechend sind die damals gestiegen. Jetzt sagt man sich aber, oh, da gibt es ja viele, die sind praktisch abgestraft worden, die sind jetzt viel billiger und die haben jetzt viel mehr Wachstumspotenzial als etwa die Tech-Konzerne. Deswegen ist meistens in Situationen, wo die Renditen für Staatsanleihen steigen, auch der Tech-Sektor eher schwächer, der Wachstumssektor eher schwächer, weil man sich sagt, ja, dann gucken wir woanders hin, da gibt es doch auch schönes Wachstum, das wollen wir uns ins Portfolio holen und es leiden eben dann dividendenstarke Titel wie Versorger, die eben Rendite bieten, die sonst nicht vorhanden ist, wenn die Renditen gegen Null gehen bei Staatsanleihen. Jetzt steigen die Renditen für Staatsanleihen, also werden Versorger wieder uninteressant. Das sind sozusagen die Verschiebungen, die wir uns jetzt betrachten können. Und wir haben natürlich eine Mega-Hosse jetzt erlebt seit dem Tiefpunkt der Corona-Krise. 19. März war der Tiefpunkt, aber 19. Februar, nämlich letzten Freitag, war der Hochpunkt vor einem Jahr 2020. Da erreichte der S&P noch mal einen Hoch und dann ging es einen Monat lang, genau einen Monat lang, ziemlich saftig nach unten. Und wir sehen diese Erholung, die wir jetzt gesehen haben, seit dem März mit 75 Prozent. Das ist der zweitgrößte Bullenmarkt, was die prozentuale Entwicklung betrifft, mit 75 Prozent nach dem Jahr 1932. Also, wieder mal ein wunderbarer, toller Vergleich. Nach 1932 wurde es dann ja vor allem in Deutschland sehr, sehr viel besser, nicht wahr? Also, es ist ja schon ein gigantisches Ding, was da passiert ist auf der Oberseite. Und es schien ja auch risikofrei zu sein. Die Notenbanken stützen uns, wir haben Stimulus, die Wirtschaft wird sich hier holen. Aber jetzt sieht man, oh, das könnte so ein bisschen überschießen, ein bisschen überhitzen. Die Inflation kommt, dann sind die Notenbanken in der blöden Situation, dass sie ja eigentlich keine steigenden Renditen und Zinsen wollen, aber auf der anderen Seite ja irgendwie die Inflation nach unten kriegen müssen. Also, man sieht jetzt so eine gewisse Zwangslage der Notenbanken und sagt, ja, wo soll das enden, was kann da alles passieren? Also, man stellt sich jetzt zumindest die Frage, ob das gefährlich sein könnte, wo man vorher keine Gefahr gesehen hat. Und wir sehen das besonders gut abgebildet eben bei den Tech-Werten. Hier sehen wir den Triple Q, das maßgebliche ETF auf den Nasdaq. Und hier sehen wir doch deutlichen Druck nach unten, mal ein Abwärtsgap an einem Montag. Was haben wir alles schon gehabt? Stimulus, Hoffnung, Handelskrieg, Hoffnung, Impfstoff, Hoffnung mit Aufwärtsgaps, Aufwärtsgaps, Aufwärtsgaps. Und heute machen wir ausgerechnet ein Abwärtsgap. Es ist eine gewisse Tragik hier erkennbar, meine Damen und Herren. Und wir sehen, es geht nach unten und wir sind jetzt an einer wichtigen Trendlinie, an einer wichtigen Unterstützungslinie. Wenn man so will, wir sind ein bisschen überverkauft, im kurzen Zeitfenster übergeordnet, sind wir nach wie vor extrem krass überkauft. Aber das ist also jetzt eine wichtige Zone für den Nasdaq. Und hier sehen wir mal den S&P 500. Und das ist insofern interessant, als eben, wie gesagt, links, was Sie hier sehen, das ist der S&P 2020, 19. Februar, Hochpunkt. Dann, booms, ging es nach unten. Jetzt haben wir eine ganz ähnliche Formation aktuell, wenn Sie die beiden Hochpunkte hier mal vergleichen. Natürlich eine andere Zeit. Natürlich unwahrscheinlich, dass wir so abstürzen wie vor einem Jahr. Aber es ist zumindest technisch eine etwas angespannte Situation, sagen wir mal so, wo durchaus ein gewisses Potenzial mal für eine Korrektur ist. Vielleicht nicht für einen Crash, aber durchaus mal vielleicht ein paar Chips vom Tisch genommen werden. Warum ist das so? Weil Geld schlichtweg teurer wird, auch wenn die Notenbanken die Leitzinsen dalassen, erst mal und absehbar, wo sie derzeit sind. Aber die faktisch am Markt aufgerufenen Zinsen, die Kapitalmarktzinsen, die steigen. Und dementsprechend auch dann die Erwartung an die Notenbanken, dass sie darauf reagieren werden. Wir sehen hier oben zum Beispiel den Unterschied zwischen noch der Erwartung im Dezember 2020, was die FED tun wird in Sachen Zinsen, und jetzt der Entwicklung heute. Da ist man doch ein bisschen hawkischer unterwegs, geht also davon aus, dass die Notenbanken früher etwas gegensteuern müssen. Das wird beginnen dann normalerweise mit dem Tapering, also mit dem Zurückfahren der Anleihekäufe Richtung Null, und geht dann eben weiter, wenn es irgendwann nochmal passieren sollte, über eine Zinsanhebung. Wir sehen unten hier die Euro-Dollar-Futures. März 2024 schießen nach oben nicht zu verwechseln mit dem Euro-Dollar, dem Währungspaar. Das ist hier etwas völlig anderes. Hier geht es um Zinsentwicklungsprognosen, die in Futures gehandelt werden. Also, da hat sich doch etwas getan. Und das ist eben genau der Punkt. A, es gibt dann eine Alternative in Gestalt der Anleihenmärkte. Und B, es wird eben Geld teurer. Und das ist das, was die Märkte jetzt zumindest nicht mehr so extrem bullish sein lässt wie zuvor. Und wir sehen, dass die Anleger darauf reagieren. 45 Prozent, die jetzt in die Aktienmärkte geflossen sind, sind vor allem in bestimmte Kategorien geflossen. Vor allem Small Caps, die dann besonders, wo steht man sich vor, profitieren würden, wenn die Wirtschaft wieder richtig toll läuft. Aber wir sehen auch, dass wir die stärksten Zuflüsse haben in diese ETFs seit 2011 in Agrarrohstoffe, in Rohstoffe insgesamt, Industriemetalle und vor allem in Produkte, die inflationsgeschützt sind. Also, die Meute, die hat sich schon umorientiert. Die Erwartung hat sich umorientiert. Man geht also hier anders mit dieser Geschichte um. Und wir sehen, ja, diese Preissteigerung hier Industriemetalle. Wir sind jetzt 11,41 Prozent allein im Februar gestiegen. Das ist die beste Performance in den ersten 40 Tagen. 14 Tagen eines Monats seit September 2012. Also, wir sehen, das ist schon eine sehr kräftige Bewegung, die da stattfindet. Das ist schon durchaus ein Pfund. Und wir sehen, dass gleichzeitig eben alle eben in diesem Rohstoffsektor jetzt schon engagiert sind oder eben im Aktiensektor. Wir haben also eine extrem starke Positionierung der befragten Investoren. Sehen wir beim NAAIM, so muss es heißen, also die Vereinigung der amerikanischen Vermögensverwalter, aber auch eben hier die Umfrage der Bank of America. Da ist praktisch keiner mehr in Cash. 3,9 Prozent niedrigste Cashrate seit 2011, Anfang 2011, also seit zehn Jahren. Das ist jedenfalls durchaus beachtlich. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Qualität dessen, was da gekauft wird, gerade im Small-Cap-Sektor und Mid-Cap-Sektor, also bei kleineren und mittleren Aktien eher mäßig ist. In den USA sind 29 Prozent dieser Werte, haben in den letzten zwei Jahren keinen Gewinn gemacht. In Europa sind es immerhin nur 16 Prozent, also deutlich weniger. Und wir sehen, dass auch in dieser Rallye jetzt zuletzt oder in diesem Marktumfeld jetzt zuletzt vor allem diejenigen Aktien profitiert haben, die eine schwache Bilanz haben, nicht eine starke Bilanz, nicht gut sind. Hier sehen wir die Ratio zwischen Strong- und Weak-Balances, also zwischen Unternehmen, die eine starke Bilanz haben, gesund aufgestellt sind und Unternehmen, die eine schwache Bilanz haben. Und die ist jetzt wieder deutlich schlechter geworden. Das heißt, die Schwachen werden gekauft, der Dreck wird nach oben gespült und das ist meistens kein sehr gutes Zeichen. Und jetzt möglicherweise gibt es auch noch ein bisschen politischen Gegenwind, bevor ich jetzt so bärisch werde. Sie wissen ja, ich bin Dauerbulle, der größte Dauerbulle unter der Sonne. Also es hat noch nie jemand gegeben, der so permabolisch war wie ich. Jetzt aber gibt es vielleicht auch ein bisschen Gegenwind. In den USA politisch gesehen wird jetzt ein bisschen das aufgenommen, was in Europa ja schon jahrelang ein potenzielles Thema ist, nämlich eine Transaktionssteuer. Hier überlegt man sich, ob man eine 0,1% Steuer auf Aktien, auf Anleihen und auf Derivate vielleicht einführen wird. Und Jellen hat heute gesagt, ja, so eine Finanztransaktionssteuer, das ist schon lohnenswert, sich das mal anzugucken. Das wäre natürlich schon ein kleiner Hemmschuh, muss man sagen. Und wir haben auf der anderen Seite einen Pusher wie Elon Musk, der am Wochenende über Bitcoin getweetet hat, da gemeint hat, ja, es sei ein bisschen teuer, dagegen Dogecoin nach oben getwittert hat. Aber jedenfalls sehen wir, dass Bitcoin heute teilweise sehr stark unter Druck war. Es war mal unter 48.000 Dollar gefallen, war schon bei 58.000 Dollar. Massive Bewegungen, also hat sich dann wieder erholt. Aber wir sehen, dass auch Tesla jetzt ein bisschen unter die Räder kommt. 5% geht es hier nach oben, nach unten. Und wir sind von der 800er Marke doch inzwischen schon relativ weit entfernt. Und relativ weit entfernt sind wir natürlich auch von einer gewissen Gerechtigkeit. Wir sehen, dass Großkonzerne wie Daimler natürlich eigentlich sehr gut aufgestellt sind, weil China doch sehr gut aus dieser Nummer rausgekommen zu sein scheint. Die zahlen von Daimler gut. Auf der anderen Seite schüttet man wunderschöne Dividende aus und kann die auch so wunderschön ausschütten, weil der Staat eben Daimler mitfinanziert hat über Kurzarbeitergeld. Wie so viele andere Unternehmen insgesamt, muss man ja sagen, wird diese faktisch viel höhere Arbeitslosigkeit dadurch kaschiert, indem praktisch der Staat als Financier eingetreten ist und den Anschein erweckt, als wären diese Leute nicht arbeitslos. Die sind auch nicht arbeitslos, aber auf Dauer kann ein Kurzarbeitergeld, so heißt es ja schon, nicht funktionieren. Sonst wäre es ja eine Art Langzeitarbeitslosen-Subvention oder eine Langzeitarbeitssubvention. Und hier muss irgendetwas passieren. Und ohnehin haben wir ja eine Zweiklassengesellschaft zwischen Firmen und Angestellten und auf der anderen Seite Selbstständigen, die eben in diesen Problembereichen, die vom Corona-Shutdown maßgeblich betroffen sind, eben darunter leiden. Und das ist natürlich etwas, was den Unternehmergeist, der in Deutschland ohnehin schon nicht so richtig ausgeprägt ist, weiter belasten dürfte. Und den Staatssektor die Neigung zur Sicherheit, die Neigung, sich in Konzernen zu verstecken, natürlich noch eher erhöhen dürfte. Das ist eine problematische Entwicklung. Wir werden sehen, was Jerome Powell morgen zu sagen hat. Darauf warten die Märkte. Wir haben auf jeden Fall jetzt Schwäche bei den Tech-Werten. Das ist eine interessante Entwicklung, die eben sehr eng gekoppelt ist an die Entwicklung der Renditen für Staatsanleihen. Das ist der maßgebliche Dreh- und Angepunkt. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.